Hast du dich schon mal gefragt, wie es sein kann, dass ein Händchen nur 3 Euro kostet? Ein T-Shirt 6? Oder ein Flug nur 12? Richtig! Eigentlich kann das nicht sein. Im Zeichen der True Cost Economy möchten wir gemeinsam mit euch eine Wirtschaft schaffen, die im Dienste aller und im Einklang mit den planetaren Grenzen unserer Erde steht. Also ohne ausgelagerte Kosten, Massentierhaltung, Klimakatastrophen und weitere Ungerechtigkeiten. Denn all das spiegelt eine falsche Realität wider. Die wahren Kosten werden auf unsere Umwelt, Mitmenschen und die zukünftigen Generationen abgewälzt. Wir sind ein Kollektiv junger Menschen, welches im handelsorientierten Dialog mit BürgerInnen, WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen und PolitikerInnen die Möglichkeiten und Grenzen einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Marktwirtschaft erkunden will. Take Action Now! Untertitelung des ZDF für funk, 2017